Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Heute geht es um die Halbzeit der Großen Koalition. Man stelle sich vor, es ist schon wieder die Hälfte rum in der Großen Koalition Berlin unter Leitung des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wovereit. 2016 wird gewählt und es ist Zeit, mal eine kurze Halbzeitbilanz zu ziehen und das wollen wir heute tun. Und mit wem können wir das natürlich besser als mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wovereit selbst. Herzlich willkommen, Herr Wovereit. Ja, hallo. Halbzeit, das heißt immer, man striegelt sich die Haare, schaut in den Spiegel und sagt, habe ich es gut gemacht oder schlecht gemacht? Haben Sie es gut oder schlecht gemacht? Sind Sie mit sich zufrieden? Also ja, mit sich selber soll man immer vorsichtig sein, eine eigene Bewertung abzugeben. Aber ich glaube, wenn man mal guckt, die zweieinhalb Jahre, wie die Stadt sich entwickelt hat, dann bin ich hochzufrieden, weil wir haben in der Tat viel geschaffen. Die Stadt hat sich verändert zum Positiven. Die wirtschaftlichen Daten sind alle positiv. Wir haben weniger Arbeitslose, wir haben mehr Jobs in der Stadt. Die Menschen strömen in die Stadt. Letztes Jahr allein 50.000 neue Einwohner zusätzlich in dieser Stadt. Das sind natürlich große Chancen, aber auch große Herausforderungen. Ich habe gelesen und ich hoffe, das stimmt, dass Berlin die größten Zuwachsraten von allen Bundesländern hat. Wirtschaftlich gesehen, ja, das ist richtig. Wie haben Sie das gemacht? Das haben wir nicht allein gemacht. Das ist immer so schön. Immer der Erfolg hat natürlich immer viele Väter und Mütter, sondern das ist natürlich die Leistung der Berliner Wirtschaft. Wir haben Gott sei Dank eine Konstanz im industriellen Bereich, aber wir haben auch viele Start-ups, viele junge Unternehmen im kreativen Bereich, im IT-Bereich, die sich hier prächtig entwickeln. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Es gibt aber Kritiker, die sagen, die zahlen ganz wenig Steuern. Schön zwar das Bild, dass wir viele neue Jobs geschaffen haben, aber die bringen eigentlich nicht viel. Uns fehlt immer noch das Standbein der Schwerindustrie oder der Industrie überhaupt. Ist das so? Na ja, wenn man als Unternehmen anfängt, dann zahlt man natürlich wenig Steuern am Anfang, weil man ja auch wenig positive Erträge hat. Also insofern ist das nicht verwunderlich. Dafür wird aber natürlich Einkommenssteuer gezahlt oder Lohnsteuer gezahlt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das sind zum größten Teil auch sich richtig gut dotierte Jobs, die dabei entstehen. Insofern entsteht dadurch natürlich auch Wirtschaftskraft. Wir hätten natürlich gerne mehr Industrie in dieser Stadt, aber da sind natürlich die großen Verluste Anfang der 90er Jahre nicht wieder wettzumachen. Große Produktionen haben sich heute außerhalb von Europa etabliert. Sie sind verlagert worden. Sie werden auch in Berlin so nicht mehr entstehen. Aber wo wir eine große Chance haben, ist im sehr stark forschungs- und entwicklungsgetriebenen Bereich, da hat Berlin natürlich mit der Reichheit in Wissenschafts- und Forschungslandschaft gute Chancen. Also heißt das, lass uns aufhören darüber zu reden, wir brauchen mehr Industrie, die kriegen wir sowieso nicht. Konzentrieren wir uns auf Forschung und Wissenschaft? Nein, nein, nein. Das ist ja nicht alternativ. Die Wissenschaft und Forschungslandschaft ist unheimlich wichtig, damit sich auch produzierende Unternehmen hier in Berlin etablieren, weil sie die Nähe zu diesen Forschungseinrichtungen auch brauchen. Da haben wir gute Beispiele. Wir haben Hidden Champions, die weltweit Marktführer sind in dieser Stadt, hauptsächlich auch im mittleren Bereich. Und die wollen wir natürlich ausdehnen. Das ist völlig klar. Da gibt es auch Chancen. Nur zu glauben, dass wir jetzt eine große Autoproduktion oder sonst was nach Berlin bekommen, das ist natürlich Utopie. Und dementsprechend müssen wir uns auf andere Felder konzentrieren. Also erster Punkt, Wachstumrate in Berlin. Damit sind Sie zufrieden. Deutlich über den Bundesdurchschnitt. Läuft. Die Frage für mich ist ja immer, wenn so viele junge Leute herkommen, die müssen irgendwo wohnen. Die Mieten steigen und steigen in Berlin. Was kann die Politik dagegen tun? Stichwort Mietpreisbremse oder Neubauten oder? Nicht oder, sondern immer plus. Es ist ein Bündel von Maßnahmen. Und in der Tat, je mehr die Stadt wirtschaftlich nach vorne kommt, desto mehr ist natürlich auch eine Preisentwicklung da. Berlin hat ja in den letzten Jahrzehnten praktisch den Vorteil oder den Nachteil gehabt, dass wir also in allen Bereichen relativ günstig waren. Das ändert sich dann natürlich. Prosperität bedeutet natürlich dann auch Anziehen der Preise. Das ist für diejenigen, die dann selber auch eine Lohnsteigerung bekommen, wo zwei Einkommen sind in der Familie, ist das ja zu bewältigen. Aber wir haben leider sehr viele Menschen, die alleinstehend sind, Rentnerinnen, Rentner oder Studenten oder andere, die eben nicht dieses Wachstum haben an Einkommen. Und da wird es problematisch. Und deshalb haben wir gesagt, aktives Mietenbündnis, unsere Wohnungsbaugesellschaften, sie sollen eine Entdecklung machen, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Wir wollen Neubau haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten riesige Leerstände in der Vergangenheit. Wenn 50.000 Leute da pro Jahr dazukommen, dann ist natürlich ein Riesenbedarf da. Also es wird gebaut und Gott sei Dank ist die Zahl der Baugenehmigungen auch deutlich gestiegen. Und wir wollen mit Mietpreisbindung, mit Begrenzung von Modernisierungsumlagen, auch ein Korrektiv schaffen zu den freien Kräften, die sich auf einem Markt entwickeln können. Das übersetzen wir jetzt mal. Das heißt ein Korrektiv schaffen, wenn die, die uns jetzt zuschauen, sagen, ja, was macht er denn da jetzt? Denn noch lese ich in den Zeitungen, Berlin hat den höchsten Mietenzuwachs. Ja, aber von welchem Niveau? Wir haben immer noch nach dem Mietenspiegel eine Durchschnittsmiete von unter 6 Euro. Das finden Sie in keiner deutschen Stadt, das finden Sie im europäischen Maßstab überhaupt nicht. Aber trotzdem, es ist natürlich bedenklich, wenn die Einkommen nicht steigen. Und darum muss man sich kümmern. Deshalb wollen wir 5.000 neue Wohnungen für das Studentenwerk bauen, damit beispielsweise Studenten ein angemessener Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann und den normalen Mietenmarkt entlastet. Wir müssen etwas für Senioren tun. Wir müssen natürlich etwas tun, dass wir bei Neubauvorhaben, auch bei privaten Investitionen eine Mischung bekommen. Nicht nur hochwertigen Eigentumswohnungsbau oder hochwertigen Mietwohnungsbau, sondern auch sozialen Wohnungsbau dazu. Das heißt, unten die armen Leute, oben die reichen. Mit eigenen Fahrstuhlern, ein bisschen zynisch gefragt. Ja, das ist zynisch gefragt. Gibt aber auch natürlich Modelle, wo man sagt, naja, das Penthouse oben kann auch mehr kosten als die Zutömerwohnung. Das ist ja auch nichts Neues, aber es wird oft gleich gemacht. Nein, aber wir wollen natürlich da, wo große Einheiten entstehen, durchaus unterschiedliche Wohnsituationen haben, damit wir auch mitten in der Stadt bezahlbaren Wohnraum sicherstellen können. Nun klingt das ja alles gut. Wir wollen, wir machen, aber bisher ist es ja nicht passiert. Doch, es ist passiert. Das heißt, die große Koalition, die andere große auf Bundesebene hat das im Koalitionsvertrag drinstehen. Mietpreisbremse. Das ist ja schon mal ein Erfolg, Herr Brinkmann. Was da steht, ist das eine. Als wir anfingen, vor Jahren auf der Bundesratsebene eine Initiative zu ergreifen, die Modernisierungsumlage zu bremsen, deutlich im Prozentsatz runterzusetzen, da sind wir belächelt worden, haben uns alle erzählt. Beschimpft. Beschimpft auch noch. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Wir haben in der Republik eine Situation, dass in den großen Ballungsräumen in den Städten eine ähnliche Situation ist. Auch in Hamburg mittlerweile in München, in Köln. Und dementsprechend haben wir auch Bündnispartner. Auf dem Land sieht es teilweise anders aus. Gibt es Leerstand. Da ist gar kein Problem. Insofern brauchen wir differenzierte Lösungen. Das war ja ein Stichwort im Wahlkampf. Die SPD wurde attackiert wegen dieser Mietpreispolitik und sagt, das betrifft uns ja auf dem Land gar nicht. Das betrifft nur München, Stuttgart und Berlin oder Hamburg. Ja, nur ist gut, aber da wohnen eben viele Leute. Ja, das war ja dann die Antwort. Und deswegen frage ich nochmal. Wie wird denn der zeitliche Ablauf jetzt sein, in diesem Jahr, in der Großen Koalition, wo Sie als Berlin, Berliner Großen Koalition, ja ein Puscher sind? Wann wird das umgesetzt, sodass der Bürger auch dann merkt, dass diese Bremse funktioniert? Denn noch merkt das ja nicht. Also das, was wir in Berlin machen konnten, haben wir gemacht. Zweck der Entfremdungsverbotsverordnung eben. Unsere Konzentration auf die Wohnungsbaugesellschaften und so weiter und so fort ist gemacht worden. Auf der Bundesebene, da haben wir natürlich nur bedingt einen Einfluss. Wir hoffen, dass das im Bundesrat, haben Sie das auch schon mal gemacht. Ja, aber im Bundesrat ist die eine Sache, der Bundestag muss natürlich das Gesetz beschließen. Insofern hoffen wir auf eine zügige Umsetzung und Sie können sicher sein, dass wir da auch drängeln werden. Die Frage der Vermietung als Ferienwohnung, ist die geklärt inzwischen oder schwelt das immer noch? Nein, die ist geklärt. Das gehört zur Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Da gibt es allerdings Übergangsfristen. Wir wollen vor allen Dingen da, wo wirklich echter Wohnraum zweckentfremdet wird. Wilhelmstraße zum Beispiel. Beispielsweise ist ein Musterbeispiel. Wollen wir das aktiv bekämpfen. Wir wollen jetzt nicht, wenn jemand mal für drei Monate seine Wohnung vermietet. Ja, es gibt ja auch Modelle, wo man dann selber woanders hingeht und das mal leben, drei Monate Thailand. Aber das ist eher selten. Oder Amerika oder so. Das ist eher selten. Aber ich sage mal, das wollen wir ja nicht verhindern. Also wir wollen auch nicht den Bürger kujonieren. Aber da, wo das wirklich gewerblich missbraucht wird, da wollen wir einen Riegel forschen. Ja, wollen. Und da frage ich mich. Ja, nicht wollen. Na ja, Sie können ja ein Gesetz machen und dann muss es umgesetzt werden. Und das wird auch Wirkung zeigen. Die Bürger sind manchmal ungeduldig. Ja, Sie vor allen Dingen, Herr Brinkmann. Ein bisschen, die haben das schon. Ich lese ja seit Jahren in diesem Fall Wilhelmstraße. Und ich denke, irgendwann muss doch jetzt mal Schluss sein damit. Ja, aber wir haben auch eine Rechtsordnung. Und natürlich haben die Bürgerinnen und Bürger auch das Recht, dann Gesetze auch anzugreifen bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Das sind hochkomplexe Verfahren. Sie haben gehört, was die Haus- und Grundeigentümer dazu gesagt haben, was Rechtsanwälte dazu gesagt haben. Nicht so einfach in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland dann auch solche Maßnahmen tatsächlich rechtssicher umzusetzen. Und noch sind Sie nicht der König von Berlin, wo Sie das einfach durchziehen können. Ja, Gott sei Dank. Wir haben den König mal gehabt in Berlin und wir haben Gott sei Dank eine Demokratie. Ja, das finde ich auch. Gott sei Dank ist das so. Bleiben wir mal beim Wohnungsbau. Da gibt es ja eine riesige Fläche. Ich weiß nicht, wie viele Hektar das sind. 120? Wo? In Tempelhof. Tempelhof. Da sind alleine 230 Hektar, die wir als Freifläche erhalten wollen, als Grünfläche. Wichtig für die klimatische Austauschsituation in der Stadt und natürlich für das Freizeitverhalten der Berlin und Berliner. Aber den Rand wollen wir moderat bebauen. Für Wohnungsbau beispielsweise, aber auch an der Autobahn für Gewerbe. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und das wird eine Grundsatzentscheidung sein, die die Bürgerinnen und Bürger am 25. Mai mit der Europawahl zu entscheiden haben. Und ich finde, es ist ein richtiger Egoismus, den da einige da pflegen, zu sagen, na, ich habe ja meine Wohnung und jetzt möchte ich da mal so ein großes freies Feld haben. Das Feld bleibt frei. 230 Hektar. Das ist so groß wie Monaco, wie der ganze Staat Monaco. Das bleibt frei. Und der ist ziemlich eng bebaut. Eng bebaut, aber wirklich auch noch eine erhebliche Fläche. Die bleibt absolut frei. Und es geht jetzt um eine moderate Bebauung. Und da wirklich mein Appell an die Bürgerinnen und Bürger, sich nicht einreden zu lassen, dass wir das nicht brauchen. Wir wollen, dass die Menschen, die hier sind, auch mal die Chance haben, eine Wohnung zu wechseln. Wir wollen, dass Menschen dazukommen, eine Wohnung finden und dann auch noch eine bezahlbare. Und deshalb brauchen wir die Fläche. Über das Tempelhofer Feld reden wir nach der ersten Pause weiter. Wir sind Privatsender, wir müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Bleiben Sie trotzdem dran. Unser Gesprächspartner heute auf TV Berlin Spezial, Halbzeit der Großen Koalition, ist natürlich der regierende Bürgermeister Klaus Wovereit. Mit wem kann man sonst auch über die Halbzeit reden? Tempelhofer Feld, Bebauung, ja oder nein, ist unser Thema nach der Pause. Bis gleich. Bebauung, ja oder nein, ist unser Thema nach der Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017